Die Ebel-Felix-Arzbegleiter, das eine und das andere... Kann mir irgendjemand helfen? Ich setze hier drin fest! Hm. Ich werde auswerden, irgendjemand? Lass mich endlich hier raus! Junge Arzt, Vorteil, schalt einzigartige Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. Okay. Aber wie... Ich trau den Herzen hier nicht, schon gar nicht. Wie komme ich da hin? Wo ich hin will? So. 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 Jetzt können wir hier helfen. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Na, Sie wissen ja, wo Sie mich finden, Sir. Gehen Sie, Sir. Ich warte hier. Okay. Nur, dass wir die hier schon ausgeschaltet haben? Ja. Scheiße. Okay. Kann ich jetzt hierhin reinlassen? Könnte ich ja. Aber es bringt mir nichts, denke ich mir mal. Wie komme ich da runter? Sie wird wissen, was zu tun ist. Seine Experimente verschlimmern den Zustand unserer Patienten, da bin ich mir ganz sicher. Bin ich hier gerade dabei? Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ich muss irgendwie nach da kommen. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie. Irgendwas Interessantes? Der ist da unten, wie komme ich da hin? Der ist da unten, wie komme ich da hin? Okay. Wann ich jetzt hier? Ich brauche hier unten eigentlich einen Eingang noch. Hier komm, LB. Okay. Wie mache ich das? Okay. Okay. So. Hier ist sonst hier oben keiner, ne? Unten sind eine Menge Leute. Okay. 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 Hier sind wir auch. Komm her. Komm zu mir. Okay. 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 Ich muss irgendwie da durch, glaube ich. Kleinen Moment mal. Okay. Ich muss ja ganz kurz Pause drücken. So, jetzt kann ich wieder. Okay. 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 Dann erwische ich so nicht. Okay. 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 Bin ich hier wenigstens richtig? Ich denke. Warten wir einfach mal, bis der jetzt, wer da ist. Na komm zurück. Geht mir doch mal aus dem Weg, Leute. Geht weg. So. Cool. Wo muss ich hin? Noch weiter runter. Alter. Entschuldigung. Ich muss irgendwie da weiterkommen, oder? Gibt es hier noch einen Weg? Hm. Okay. ... ist nichts anderes als die unbestreitbare Effektivität der Medizin der Zuhörer zu tun. Ich muss da runter. Aber wie? ... ist nichts anderes als die unbestreitbare Effektivität der Medizin der Zuhörer zu tun. In dem Moment, wenn man echt nicht mehr weiß, wo ich hin muss. So, kann ich hier irgendwas öffnen? Ich könnte zwar jetzt glaube ich hier rein schon, aber ich will es gar nicht, weil ich will dieses Special haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Ich werde Miss Nightingale informieren, dass ich nie wieder für diese Anstalt arbeiten werde. Wie komme ich da jetzt hin, wo ich hin muss? Wie? Das ist doch so doof. Ich hätte gerne eine Karte für diesen dämlichen Haus, hey. Irgendwann muss es doch eine Treppe nach unten geben, oder? Da sehe ich das falsch. Hm. Hier müsste doch irgendwas sein, oder? Nee. Das Spiel hilft mir auch nicht weiter, ne? Ja. Wie komme ich da hin? Soll ich hier außen irgendwo im Kellereingang oder so? Ich glaube, ich bin zu doof gerade. Ich gucke jetzt einfach mal. Und irgendwo muss es ja was geben, oder? Minimalen Eingang und hier ist sonst nichts. Oh, Minimalen Eingang. Ich finde den Eingang nusch. Ich will jetzt diesen Eingang finden. Eine ich auch liefen kann. Das ist toll. Oh. Puh!